So, da sind wir zu meinem Zimmer. Hier ist mein Lichtschalter und mein Ventilator, aber fangen wir an. Das ist dann mein Zimmer. Ja, mein absolutes Highlight ist das hier. Da kann ich halt einstellen, das Licht in meinem ganzen Zimmer, wenn es jetzt kommt. Ja, kann man halt das Licht einstellen. Und das kann ich auch in dem ganzen Haus dann verteilt einstellen, sieht man leider nicht. Da steht da halt First Floor, Dining Room, Living Room, Game Room. Dann kann ich auch hier die Heizung anmachen und Klimaanlage. Und da ist eine kleine Kamera, die dann einfach uns nichts zeigt. Also man kann da quasi von Zimmer zu Zimmer anrufen. Und ja, hier habe ich dann, da liegen jetzt Kellogg's. Ein paar Erinnerungsstücke sitzen. Meine Stadt hängt hier. Habe ich letztens noch zum Geburtstag bekommen. Habe meine Freundin mitgebracht. Ja, Fotos von meinen Freunden. Mein Willkommensschild. Dann ja. Noch mehr Fotos. Dann hier halt ein bisschen ein paar Erinnerungsstücke. Geburtstagsgeschenk von meiner Freundin am Donnerstag. Da bin ich einfach aus der Ecke geworfen. Ja, mein Schakirgetrikot. Leider mache ich dieses Video gerade bei Nacht. Aber sieht man es trotzdem. Ist da mal eine Terrasse irgendwie zu sehen. Ja. Nachbarn haben auch geschmückt. So, jetzt nochmal von der anderen Seite. Und weiter geht's. Ähm, hat ein Nachtschränkchen. Wo auch ein Kram drauf liegt, ne. Das ist mein Bett nochmal. Mein Schlafzeug, mein Kuschelkissen. Es war gerade ein bisschen am PC, am rumwerkeln. Da dachte ich mir, weil soviel ja gefragt haben, mache ich mal ein Video. Ja, hier habe ich so eine Kommode, wo ich den ganzen Kram aufbewahre. Da habe ich Kissen hingeschmissen. Ähm, ja hier stehen auch so ein bisschen Kram drauf. Das ist alles. Genau, was man gesehen hat, ist meine Scrapbook-Kiste. Da war also mein Scrapbook drin, das ist, was ich immer noch nicht angefangen habe. Ähm, das ist meine Familie, die steht hier. Souvenirbecher, ne. Dann, das mache ich zum Schluss. Das ist mein Badezimmer. Jetzt hat man nicht den Müll rausgebracht. Ähm, ja. Ne, meine Enten. Ich stehe total auf Enten. Die habe ich mir jetzt hier gekauft, bis auf eine. Ja, die ist noch aus Deutschland. Natürlich. Ja, den anderen habe ich hier gekauft. Boah, das ist mein Waschbecken. Mein ganzer Kram steht hier rum. Ähm. Boah, that's me. Ähm, ja, hier so ein kleines Medizinschränkchen. Wäsche. Da steht noch ein altes Babybad, aber mein Gott, der Platz stirbt mich jetzt nicht. Und mein absolutes Highlight, das ist mein Kleiderschrank, der so halb begehbar ist. Ach kacke, so wird das ja nix. Sorry, Leute. Da. Das sind meine Schühe. Das sind die Jacken und so ein Kram. Meine Taschen. Meine zwei Koffer. Ja. Noch mehr Decken. Kleider. Sommerschühchen. Dann halt Pullover. Tops. T-Shirts. Äh, kurze Hosen und sowas alles. Lange Hosen. Schlafzeug. Tja. So, nochmal aus der Richtung. That's my room. Thanks, guys. Ähm. Ich wollte nur, dass mein Nachtschrank eigentlich immer alles draufliegt. That's it. Ja, hier für meine Freundin Kimi noch. Mein Traumfänger geht jetzt über mein Bett. That's it. Okay, bald. Okay, guys. Ich weiß nicht, wie mein Schuss scheint. Ähm. Ähm. Danke fürs Reinschauen und, ähm, viel Spaß. Ciao.